Testosteron, das männliche Hormon, das ordentlich Bums gibt. Bums hier und natürlich auch sonst Bums. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Testosteron, jetzt passt auf. Jetzt gibt es Männer, die haben eine starke Behaarung, eine dunkle Stimme, dunkle Haare, lange Brustbehaarung, körperbehaart, so richtig ein Mannsbild. Da ist der Verdacht ganz groß, dass diesen Menschen von Natur aus ordentlich Testosteron gegeben wurde. Das heißt, er hat von Natur aus eine sehr hohe Produktion in Testosteron, denn seine Thymusdrüse arbeitet ordentlich. Das ganze System, was Hormone anbetrifft, läuft wunderbar. Und da gibt es das Gegenteil, ein sehr zartes Bürstchen mit ganz hellen Härchen, fast ganz wenig Körperbehaarung, Minikörperbehaarung und so eine leise Stimme und eher so zurückhaltend. Also ganz anders wie der Schwarzhaarge, nicht nur Schwarzhaarge, sondern einfach sehr starken Behademann mit dunkler Stimme, der auch immer impulsiv ist und ordentlich Adrenalin mitbringt. Und der andere eher ruhig und zurückhaltend, wenig Härchen. Ja, das ist der, wo es genau das Gegenteil ist. Ja, diese Einteilung gibt es. Das ist von Natur aus eben die Prägung, was wir genetisch mitbekommen haben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ab dem 40., 45., 50. bis zum 60. Lebensjahr gibt es viele Männer, die auf einmal mit dem Testosteron Probleme haben. Sind antriebslos, haben keinen Bock mehr, keinen Bums mehr, die Muskelmasse lässt nach. Und jetzt ist die ganz große Frage, woher kommt das? Ist das von Natur aus so vorgesehen? Ist da eine Fehlfunktion? Ist dir eine Drüse ausgefallen oder was ist da los? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trinbacher, deinem Performance-Coach. Heute das Thema Testosteron. Freunde, ja, das ist hier dafür zuständig, wie der Körper aussieht, was die Muggies machen, wie viel Power wir haben, wie viel Muskelmasse wir aufbauen können und erhalten können. Dafür ist der Testosteron-Wert zuständig. Wir gehen jetzt mal weg davon, dass in irgendeiner Art und Weise aus krankheitsbedingten Gründen die Testosteron-Produktion aus irgendeiner Art und Weise behindert ist. Sondern wir schauen mal rein, welche Faktoren gibt es, die den Testosteron-Wert auf natürliche Weise reduzieren beziehungsweise Blockaden darstellen können. Denn wenn jemand als Mann zu wenig Testosteron hat, dann ist das dauerhaft nicht lustig. Denn Testosteron im untersten Bereich bedeutet, die Körperfettmasse steigt, die Lust auf den Partner sinkt, die Lebenslust ist nicht mehr ganz so, man wird eher ängstlich, man wird eher zurückhalten, man zieht sich zurück. Bei manchen Männern im Wechsel auch spürbar, dass die dann im Wechsel sich verändern, dass sie nicht mehr die Power haben, die Haut sieht immer schön aus, der Muskel erschlafft. In einem gewissen Grad oder zu einem gewissen Grad passiert das auch bei jedem Mann. Nur manchmal ist es so oder zwischenzeitlich ist es so, bei den modernen Männern, gerade in Europa, vor allem auch in Deutschland, ist es so, dass viele Männer schon sehr früh diese Problematik haben. Mit 40 schon ein Testosteronwert, eine 60-Jährigen mit 45 schon wenig Muskulatur, zu wenig Muskulatur. Große Frage, könnte das daran liegen, dass die Männer nicht mehr artgerecht gehalten werden? Das ist ja wieder eine spannende Frage, ne? Artgerecht gehalten, was heißt das? Ist der Mann sozusagen gut aufgehoben, wenn er den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzt, nichts tut, den Körper nicht belastet, sich auf eine vierige Kiste konzentriert und sonst aber keinerlei Tätigkeiten mehr hat, die normalerweise Männer haben? So, mit Kraft was tun, mit den Händen was tun, was heben, was ziehen, was drücken. Ist das gut für den Mann, dass er ständig muskulär unterfordert ist? Spannende Frage. Und ich würde ganz klar sagen, das ist mit ein Grund, warum es Männer gibt, die schon viel zu früh mit dem Thema Testosteron-Probleme haben, mit dem Thema Kraft, Power, Energie, Lust auf den Partner, Lust auf Sex, drücken wir es in klaren deutschen Worten aus, die haben damit Probleme. Und das ist mit ein Faktor, da Männer sich in einem Bereich, und zwar körperlich, muskulär, ständig unterfordern. Auf dem Stuhl zu sitzen, erfordert keine große muskuläre Tätigkeit. Das ist ein Paket. Das zweite Paket ist die Frage, liegt es unter anderem auch an der Ernährung, an dem, was gefuttert wird? Hundertprozentig. Denn, wenn das Essverhalten nicht natürlich genug ist, wenn da viele Fremdstoffe zugeführt werden, wenn zu wenig Protein zugeführt wird, wenn zu wenig gesunde Fette in Form von essentiellen Fettsäuren, wenn jetzt genau das Gegenteil zugeführt wird, Transfettsäuren, schlechte Fettsäuren, wenn im Bereich der Proteine Unterzufuhr entsteht, wenn im Bereich der Zucker- und der Industrialisierung Überzufuhr entsteht, wenn wir zu viel Alkohol trinken, zu viel ungesunde, abgepackte Dinge, die mit Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, alle mögliche Punches, dann hat das einen negativen Einfluss darauf. Also wir haben einmal den Lifestyle, artgerecht sich verhalten als Mann, das Ernährungsverhältnis, auch hier artgerechte Ernährung. Die Nummer drei, könnte der Schlaf mit zusammenhängen, wenn Menschen zu wenig schlafen, wenn Menschen kurzen Schlaf haben, ungesund schlafen, wirkt sich das aus? Ja, das wirkt sich aus, definitiv. Denn im Nachhinein kann der Körper sich detoxen, der Geist auch, und wenn das nicht mehr stattfindet durch einen schlechten Schlaf, dann ist das auch eine negative Beeinflussung. Beziehungsweise, fragt euch mal selber, wenn man richtig müde ist, ständig erschöpft ist, hat man da Bock auf Sex? Nein, hat man nicht. Nur weil man müde ist. Das ist nicht der einzige Grund, sondern auch natürlich, die Hormonsekretion bleibt stehen, beziehungsweise behindert. Wenn dazu auch noch viel Stress dabei ist, wenn der Mann die ganze Zeit gestresst ist, gar keine Ruhe mehr hat, keine Ruhe mehr findet, ist das auch ein Grund. Wenn durch den Stress zu viel Stresshormone entstehen, Cortisol entsteht, ist das auch ein Grund. Das ist ein komplettes Paket, was man hier stören kann, wo man sagen kann, das können Auslöser sein, die können mitverantwortlich sein, dass gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Und jetzt sagt ihr natürlich, super Andreas, schön, dass wir das wissen. Aber bitte, erklär uns doch mal, was können wir dafür tun? Ja, das ist relativ einfach. In der Theorie, in der Praxis, tun wir uns sehr schwer. Denn das Erste, was wir machen sollten, das Allerwichtigste ist, mal darauf achten, was führen wir eigentlich an Futter zu? Was essen wir? Und umso ungesünder, umso unnatürlicher das Essen ist, was wir essen, umso bescheidener haben wir Rohstoffe, die dafür helfen, dass der Körper überhaupt diese Hormone produzieren kann. Wenn wir nicht genügend Protein haben, wenn wir nicht genügend gesunde Fette haben, haben wir ein Problem, weil der Rohstoff nicht dafür da ist. Mist, nicht genügend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, also die ganzen Mikronährstoffe auch nicht ausreichend da. Nächster kleiner Punkt, der dazu beiträgt, dass eben dieses System nicht mehr richtig funktioniert. Wenn dann dazu noch so kommt, dass wir uns nicht mehr bewegen, dass wir unsere Muskulatur überhaupt nicht benutzen, nicht mehr aus dieser Komfortzone rauskommen, am Tisch sitzen, nur noch sitzen, keinerlei Aktivität, dann ist das die nächste Blockade. Wir brauchen regelmäßige intensive Belastungen. Zwei, drei Mal in der Woche, wünscht werden am besten drei Mal in der Woche, eine ordentliche Krafttrainingseinheit von 30, 35, 40, 45 Minuten, eine kleine Ausdauereinheit dazu, eine intensive, raus aus dieser Komfortzone, aus dieser muskulären Komfortzone, den ganzen Tag im Auto zu sitzen, den ganzen Tag im Stuhl zu sitzen. Das ist krasse Komfortzone. Da fragt sich der Körper schon mal, ja für was braucht der Mann denn überhaupt noch Muskulatur? Der braucht doch die gar nicht. Die können wir doch abbauen, schmeiß ich sie doch weg. Der benutzt sie doch eh nicht. Die kostet doch nur Energie, also baue sie ab. Ja und so ist tatsächlich. Und wenn die Muskulatur weniger wird, dann wird auch die Testosterone weniger. Das ist alles verknüpft miteinander. Also wir haben einmal natürlich klar die Ernährung und jetzt die Bewegung. Gesunde Ernährung, drei Mahlzeiten am Tag oder auch zwei Mahlzeiten am Tag, soweit möglich, atembedarfsgerecht. Weg von industrialisierter Ernährung. Ausreichend Protein zuführen, eine Mischung aus pflanzlichem, tierischem Protein. Gucken, dass wir ausreichend essentielle Fettsäuren haben. Darauf achten, dass wir Kohlenhydrate haben. Aber die richtigen, keine industrialisierten, sondern natürliche Kohlenhydrate. Ausreichend Obst, ausreichend Genüse, natürlich Obst natürlich auch erntereif und natürlich eine ordentliche Portion Gemüse. Schönes Protein dazu. Kann auch gern pflanzliches Protein sein. Alleinpflanzend oder in Kombination mit tierischem Protein. Ja. Bewegung, dreimal die Woche. Ordentlich Kraft- und Ausdauersport mit einer hohen Intensität. Raus aus dieser Komfortzone. Auch nicht in die Fitnesskomfortzone reinstellen. Manche trainieren ja aber. Dann trainieren sie dreimal in der Woche 45 Minuten so La-La-La-Training. So nochmal ordentlich wieder das machen, was Männer gemacht haben mit maximaler muskulärer Belastung. Sorgt dafür, dass der Körper sagt, hey, der benutzt das Zeug hier. Der benutzt die Muskulatur. Die müssen wir erhalten. Also damit wir sie erhalten, brauchen wir auch wieder Hormone und Testosterone und alles drum und da und Wachstumshimbone. Dazu. Nächstes, der Schlaf. Ja, auch der Schlaf. Regelmäßig zu ähnlichen Zeiten ins Bett gehen. Freunde, fünf, sechs Stunden Schlaf sind zu wenig, damit der Körper und der Geist sich komplett regenerieren kann. Zumindest bei 95 Prozent aller Menschen. Es gibt ganz wenige, die mit zu wenig Schlaf auskommen. Die meisten brauchen viel mehr Schlaf. So, man weiß heute, dass die meisten unter einem Social-Chat-Lag leiden. Die meisten Menschen schlafen eine Stunde, 1,5 Stunden zu wenig. Warum? Weil wir natürlich sämtliche Angebote haben, Fernsehen, Netflix, Sky und was es alles gibt und YouTube und E-Mails und Social Media, alles Möglichst sorgt dafür, dass wir zu wenig schlafen, dass wir bedingt dadurch länger wach bleiben und weniger Schlaf bekommen. Und das ist ein Zerstörer. Zu wenig Schlaf sorgt für Demotivation. Zu wenig Schlaf sorgt, dass der Körper nicht ausgeruht ist, wenn der Körper nicht ausgeruht ist, dann haben wir keinen Bums. Wir sind müde. Und wenn wir nicht geschlafen haben, dann wollen wir nicht frühstücken, haben wir keinen Bock auf Frühstücken. Dann haben wir auch keine Lust auf gesundes Essen. Auch die Testosteronproduktion leiden, wenn wir ständig zu wenig schlafen. Auch die Wachstumsimmunensekretion. STH und HGH, zwei Wachstumsimmunen, die leiden auch darunter. Also Schlaf, unglaublich wichtig. Und wie kommen wir besser ins Schlaf? Indem wir zu regelmäßigen Zeiten schlafen gehen. Indem wir gucken, dass wir eine halbe Stunde bis eine Stunde, bevor wir ins Schlaf gehen, dass wir unseren Geist nicht noch aktivieren, dass wir nicht noch ins Handy gucken, uns Licht anmachen und uns aufregen und irgendwelche E-Mails vom Kunden lesen und mit dem Chef vielleicht noch rumstreifen oder mit den Mitarbeitern oder mit der Frau oder was weiß ich, dass wir gucken, dass wir den Tag ausgleiten lassen und dass wir dann frühzeitig ins Bett gehen, damit wir durchschlafen können und mindestens sieben Stunden Schlaf haben, sehr hochwertigen Schlaf. Dafür achten wir noch dazu, dass wir ein dunkles Schlafzimmer haben, das nicht zu hell ist, dass wir eine gute Matratze haben, dass wir kein Handy neben am Nachttisch liegen haben, das uns stört, wo die Frequenzen unser Gehirn stören. Dass wir noch gute Bettwäsche haben, einen tollen Partner nebenan, in dem man auch gut schlafen kann, ein sauberes Schlafzimmer mit frischer Luft, mit guter Luft. Auch dafür sorgen, dass die Geräusche wenigstens im Schlafzimmer gut schlafen können. Das ist auch ein Ding, was wichtig ist, gehört dazu. Was haben wir noch? Ja, das Thema Stress. Stress ist zwischenzeitlich für viele Menschen normal, auch wenn es positiver Stress ist. Es ist eine Herausforderung, eine Anspannung. Viele Menschen haben ein großes Anforderungsprofil, dem sie auch gerecht werden. Somit ist ständig Alarm in unserem Kopf, ständig Kontrollgedanken, ständig Veränderungen, die angepasst werden müssen. Der Geist kommt nicht zur Ruhe. Der Stresspegel kann ziemlich hoch sein, bei vielen Menschen der Cortisolwert, der Stresshormonwert immer leicht erhöht, weil die Nebenhirn ständig reagiert. So, und auch das führt dazu, wenn ständig Cortisol da ist, ständig der Stresshormon zu hoch ist, dann leidet das Testosteron drunter. Auch hier können wir eine Veränderung herbeirufen. Wie weit? Schlaf hilft zu entstressen. Freizeitgestaltung, um mal was anderes zu machen, wie ständig nur arbeiten, sondern auch mal dafür sorgen, dass wir draußen spazieren gehen in der frischen Luft, dass wir Sonne bekommen. Dass wir draußen Outdoor-Sport machen. Ja, das sind auch Dinge zu beitragen. So, und jetzt habt ihr gesehen, es gibt viele Möglichkeiten, auf natürliche Weise Testosteron zu erhöhen. Und das Wichtigste dabei ist die Not-to-do-Liste, was wir nicht mehr tun sollten. Denn viele fangen an und schauen im Netz nach Testosteron-Boostern. Was gibt es da? Alle möglichen Sachen mit irgendwelchen Kräuterchen, Tribulus Terrestris, Mario Puama und wie sie alles heißen, Boxhornklee und so weiter. Und das wird erstmal ordentlich gefuttert. Vitamin E noch ist auch unter Verdacht, dass da noch was geht. Das wird ordentlich gefuttert. Wenn ihr aber parallel dazu nicht die Not-to-do-Liste abarbeitet, Dinge nicht mehr macht, dann hat das alles gar keinen Sinn, was ihr da macht. So ein erstes Mal Not-to-do. Darauf achten, dass wir nicht mehr zu wenig schlafen, darauf achten, dass wir uns nicht in irgendwelchen Müll die ganze Zeit reinstecken, darauf achten, dass wir eben nicht nur auf dem Stuhl sitzen, darauf achten, dass wir gut schlafen. All diese Faktoren erstmal berücksichtigen. Wenn die berücksichtigt sind, dann können wir darüber reden, was es noch auf dem Markt noch alles gibt, um auf natürliche Weise den Testosteronspiegel anzuheben. Da gibt es ein paar Sachen. Da gibt es ein paar Sachen, die wir können unterstützen, nützen aber nur dann was, wenn wir die Dinge, die wir nicht tun sollten, abstellen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. So, Freunde. Das war das Thema Testosteron. Erhöhen auf natürliche Weise und dazu erstmal die Not-to-do-Liste nutzen natürlich. Und wenn die Not-to-do-Liste durch ist, dann kommt demnächst was zum Thema Testosteron. Wie können wir das optimieren? Was müssen wir achten dabei? Mit so ein paar Kräuterextrakten wie Tribulus, Terrestris zum Beispiel, Boxhornklee. Da gibt es noch so ein paar Sachen. Aber, Freunde, die werde ich jetzt nicht verraten. Nein. Jetzt macht die erstmal, arbeite jetzt erstmal bitte die Not-to-do-Liste ab, was ihr nicht tun solltet. Wenn ihr die habt, dann meldet euch bitte. Dann meldet euch, sagt Andreas, ich habe sie abgearbeitet. Not-to-do-Liste ist durch. Ich habe die Dinge berücksichtigt, was du gesagt hast. Ich schlafe wieder wesentlich besser, plus sieben Stunden. Ich mache in der Woche dreimal 45 Minuten mindestens Kraftsport. Ich mache dreimal in der Woche noch 15 bis 20 Ausdauersport. Das Ganze außerhalb der Komfortzone. Ich habe auch darauf geachtet, dass ich meinen Stress reduziere, indem ich Stress kompensiere, indem ich auch mal draußen spazieren gehe, die frische Luft nutze, in die Sonne gehe, Outdoor ein bisschen Sport machen. Ich habe mein Schlafzimmer verbessert, weil ich kann viel besser schlafen. Ich habe ein Vorschlafritual, dass ich eben das Handy eine Stunde vorher ausmache, dass ich mich aufs Schlafen vorbereite. Ich ernähre mich wieder viel besser. Ich achte auf mehr Protein. Ich esse auf gesündere Fette. Ich esse wenig Industrie-Schrott. Ich trinke fast kein Alkohol mehr. Zigaretten habe ich sowieso weggeschmissen. Und wenn das alles gemacht ist, dann melde dich und sag, jetzt bin ich bereit, endlich bin ich bereit für die Informationen zum Thema Naturalextrakte aus der Natur, die meinen Testosteronwert erhöhen können. So ihr Lieben, das war's. Und wenn du jetzt sagst, Andreas, so lange habe ich keine Lust zu warten. Ich brauche direkt jemanden, der mich unterstützt. Ich brauche direkt jemanden, der mich in die Hand nimmt und mir zeigt, wie es funktioniert. Mir den Weg zeigt, wie man das Ganze in den Griff kriegt. Wie soll ich mich genau ernähren? Welchen Sport soll ich machen? Wie komme ich in die Ruhephase, endstressen? Wie schaffe ich es besser schlafen? Welche Tipps hast du? Wie kannst du mir helfen? Wenn du da jetzt an diesem Punkt bist, dann ist es für dich relativ einfach. Und zwar gehst du jetzt unten in die Bemerkung, in die Shownotes und da findest du meine Page andreas-trienbacher.com und da gehst du jetzt rein und vereinbarst deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin mit einem meiner Mitarbeiter. Und der hört sich alles an, was du vorhast, wo deine Herausforderungen liegen. Und wenn das alles passt und wir sagen, wir haben ein gutes Match, dann haben wir in Kürze unser erstes unverbindliches Beratungsgespräch, wo ich mir das anhöre, was du vorhast und ich dir ganz klar zeige, eine Strategie, wie kannst du es schaffen, innerhalb von kurzer Zeit in diesen neuen Level zu kommen, auf diesen neuen Level, den neuen Lifestyle zu verankern, sodass du ausreichend Testosteron hast, dass du leistungsfähig ohne Ende bist, dass du Dynamik hast ohne Ende, dass dieses Thema müde, dieses Thema keine Power, dieses Thema ich bin schlapp, der Vergangenheit angehört. Das ist unsere Arbeit. So, und jetzt bist du dran. Eine Minute eintragen, Termin vereinbaren und dann sehen wir uns in Kürze. Bis dahin wünsche ich dir bei allem, was du tust, super viel Erfolg, ganz viel Gesundheit und ich freue mich, in Kürze was von dir zu hören. Mach's gut, bis bald. Hier war dein Performance Coach, Andreas Dreenbacher.